vergieß es geben denen die verkaufen welche ja gut wir wollen zu fuß gehen zum coolen dann gehen wir zu fuß ich finde er sieht aus wie so ein pilz wie so ein laufender aber da ist mir noch nie so im wald so einer begegnet das werden pferde auch nicht verkehrt ach lauf mal ein bisschen ist gut für deine haxen schwingen die haxen hier kommt das essen muss ich verdient werden kennt ihr den weg ja immer schon gehen da immer gucken wo sie uns hinführt unterwegs gibt es gibt eine taverna kommen wir zu amt essen dann vielleicht gut ich laufe vor ich leite euch du nicht wie im kaufhaus an der kasse jeder reihe was der schmerz kommt gar nicht du 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 ich kann nix essen wieso kannst du nichts satt bin dann ist mit dem argen in mein kopf bin ich satt ach so ich wollte gerade sagen in der echten lebe ist wieder hungrig so eine leckerei jetzt und so flipps können wir nachher zu sparen die haben doch da hat doch drei mit bratwurst und eine brust genau schön bratwurst kartoffelbrei wir haben und noch eine dose sauerkraut berüchtig ja sauerkraut ist gut ist gut für den damen schlack schlack noch ein bierchen da drauf treffer versenken also dann kriege ich das bierchen nicht runter bei sauerkraut zu oder schmerz muss sein siehst du ihr habt den besten navigator jetzt also ich anfangen zu lachen haxen schwingen müssen nur den leuchtpunkten folgen ganz einfach nein ich folge doch keine leuchtpunkte sind doch kaum leuchtpunkte hier ist ein v das ist sehr schön tiernetzen mitnehmen fangen doch schon müde ja so ein bisschen es kommt um das gasthaus genau richtig am späten nachmittag wo wir dort mein kraft zeit sind die gill ist trocken genau ein glas bier müsste auch mal wieder gucken welches ist denn das ein ausgekürztes schlitzohr jerry reed und bern reynolds ja der texanische kaufmerautomat wollte mal laster durchfahren kann das nicht sein heute tempo du weißt doch gar nicht wo hingehen hier du bist doch nur plan hier ich bin im wald ja auch guck mal ein schwarz bär mit dem euter ne ist kein bär kannst du nicht auf welche gehen wie der normalsterbliche hier auch du hast für den sonderstatus ne merkt das schon ich finde locker den weg ich habe guten orientierungssinn wir haben aber ja quests ja sehen ne das machen smash und ich doch mit links ja läuft an schildern vorbei du erzählst jetzt wieder ein vom storch ich kann die folge raussuchen schreibe ich in discord ja toll das lässt doch schön sein ach jetzt aber doch nicht mehr hier wir müssen rechts ne müssen wir nicht ich hab hier das schild königreich phoenix ach du hast das schild wissen wir wo es ist auch ihr verarscht nicht nur kein stück kein stück wer seid ihr denn smash hast du gehört dass auch sturm kommen so wie er soll ja so ab morgen morgen also bei uns haben sie eine kleine unwetterwarnung raus geben morgen früh morgen früh schon oder ab wann bei uns angeblich ab morgen früh ja mal sehen also soll es jetzt in der nacht schon losgehen mit der scheiße hier oder was wann genau weil ich hab den nicht auf den wetterbericht drauf geschaut war in der app wurde angegeben so weit dann ist mein kätzchen wieder unter dem kanapä weißt du und ich bin nicht da ich bin im königreich phoenix nicht so schön für dich ich denke ihr wolltet auch der schmerz steht ja der politische ich habe mich mit dazu ein puller auch noch versuchten schmerz ich bin ja ich schaue mir gerade den fuchs an schöner aber hier kommt ja nicht bei dir gesagt sind auch ein stück aus durch mit der animals sieht schön aus ne ja auf jeden fall schön flauschig ne mhm die kleinen füchselein genau kriegt man mal nicht zahm ich hab einfach nicht gefunden wie es geht in der beschreibung glaube ich geht das auch gar nicht hat ja versuch mal so ein wolf ja mal zu zähmen von betta animals aber das geht auch nicht das geht nur bei den normalen minecraft wölfen was ich ja so putzig finde im echten leben ist ein chinchilla so eine riesenmaus ich kenne nur die riesenmaus von minsk aber wenn du den chinchilla in dein bett setzt und der macht sich das da zusammenrevier dann hast du immer eine riesenmaus im bett na toll ich will die auch nicht im bett haben hätte ich hätte ich angst dass ich dann nachts irgendwie aus versehen drauf rolle ja ich auch das fliegt dann einmal und dann ist ruhe ja toll ja weg ja nein aber doch ich bin doch nicht die riesenmaus wie bei griswurls mit dem eichhörnchen weg weg ja toll geröstetes mietze kettchen hier sind schon die ersten wachen hier sind schon die ersten wachen auf der mauer drauf hier hatten wir ja total ja gebaut oh es hakt grad ich bin grad ganz fleißig am auffüllen mit erde mhm uh neo engineering hier ei 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 die befestigung der straße gibt es auch schon wow das ist ja cool man wir haben verfolgen aufgenommen er ist echt schnell kommt nicht an ja mein nachbrenner ist abgebrannt ich komme nicht hinterher oh es ruckelt gerade oh oh ja was 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 noch ein omelette fertig jetzt geht es wieder jetzt geht es hier die weder kunterbund sieht schön aus hierbei unser bauplatz genau es war auch noch mal machen oder so genau so häuschen hinten genau eigentlich auch recht zentral hier beim bauernpunkt beim sprung stein da hier bauplatz grüß dich hi wahnsinn gibts ich rennt hier so neugierig was so nur so ein bisschen was so geht an der großen Mauer und so gibts noch auch nicht viel neues und gerade ein bisschen am terraform terraform möchte mal ansteigen also neue quest könnte nächste woche fertig sein hm das erste bild habe ich jetzt angeschrieben weil ich noch was wegen die questes machen wollte aber hat sich dann ja erledigt kriegen wir das hin so da ist er aber diese silberwood planks sieht da echt edel aus ne hat das ne nach laminat und so ein paar kette boah so ja hübsch ich bin da mal weiter terraform und gehen wir zurück zu meinen kollegen jo viel spaß euch noch jo gleichfalls alles klar tja 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 oke man zurücklaufen oder teleportieren ich glaub zurück würde ,, teleportieren ich lauf' meet' tja tjuki insky Wo bist du denn, Schatz? Ich finde dich nicht. Warum hat die Orion hier Rücksturz zur Erde machen? Warte, 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 ich komme, ich komme. Schatzi, warte auf deine Frau. Ist der denn jetzt schon wieder hier? Wie war das gerade? Ist der jetzt voll den Durchblick? Nee, jetzt hab ich den gar nicht mehr los jetzt hier. Ist der denn schon wieder ewig? Komm jetzt hier. Brennst du denn jetzt hin? Alles jetzt kommen. Alles jetzt kommen. Soll der Müll. Los, komm jetzt bitte. Oh, willst du wirklich sonst nicht nach Hause? Oh, ey, du bist doch echt ein Schwein, Schatzes. Wieso, was hast du denn? Weil du immer vor mir wegläufst. Du bist entzückend, ey. Ich hab's nur eilig, ich muss pullern. Ja, geh im Busch, du bist ein Mann. Das ist doch wohl einfacher beim Pinkel wie eine Frau. Wieso? Wieso brauche ich so einfacher? Das verstehe ich jetzt nicht. Denk doch mal nach. Denk doch mal nach. Ich kann das hier nicht loslassen, wir haben keine 22 Uhr. Statt da auf mich wartet. Nein. Was kann ich dafür, wenn du so langsam bist? Ja, gut, dann warte ich mal. Ich bin hier treffen beim V. Bei dem Brunnen. Ich bin schon wieder fast auf der Hauptstraße. Ja, da hab ich mir gedacht. Das ist nichts Neues. Jetzt bleibst du mal an dem Punkt, wo du bist. Vielleicht, wenn ich dich finde, ist es okay. Aber nicht teleportieren, mir ist mir wirklich zu doof. Ach, jetzt kneifen wir schon wieder. Ja, wenn du dir nur an dich denkst hier. Das ist ein Truller. Jetzt gucken wir mal Schuhgebüchen zu. Der Schmärsch ist auch schon wieder zu Hause. Das sehe ich sicher auch auf der Karte. Interessant. Ja, und der hat sich auch teleportiert. Der ist hier flogen. Guck mal, das ist hier oben. Im Meer da oben irgendwo. Auch interessant. Oh, Schoki, komm, jetzt muss ich mich... Jetzt muss ich mich langsam hier wieder vom Acker machen. Bleibst du nicht sehr verdammt, Mama. Bleibst du nicht sehr verdammt, Mama. Immer Schoki verarschen. Ich verstecke mich hier einfach. Dann sieht sie mich nicht. Ich glaube, es ist auch nur du alleine. Doppeltes A kaputt hier. Oh, wir sind voll nur so krantelig eigentlich. Ich bin nicht krantelig. Ich bin der liebste Mensch auf Erden. Oh, die Sonne geht auf. Ist das schön. Meinst du, Schoki findet den Weg nicht? Nö. Oh, das ist das schön. Oh, das ist ja so krantelig. Oh, ja, oh. ich bin eh schneller als du. Ich hab nur einen Bogen gelaufen. Kannst du nicht auf den Weg laufen? Auf den Weg ist zu einfach. Okay. Oh, was essen. Das ist so ein ganzer Tagesmarsch dahin, ne? Irgendwie kann das sein, zum Coolman. Ja, schon ein paar Meter sind er schon, ne? Wie ist deine Armbrust, die du gebaut hast? Ähm, ich hab den noch nicht ausprobiert, bin noch ganz klassisch bei Pfeil und Bogen. Ja. Du kannst zwar nicht so schnell schießen mit der Armbrust, aber dafür gehen die Bolzen durch. Die gehen auch zu 50% durch Rüstung besser durch. Oh, okay. In der Welt davor, die wir hatten, hab ich auch mal eine Armbrust gebaut. Da hab ich ja umgestiegen, vom Lankboden auf die Armbrust. Zu guter 1,7er. Ähm, war das nicht sogar diese OP-Armbrust dann? Mhm. Oder war das noch da vor? Ne, das war die, ne? Ne, das war die OP-Armbrust dann, ja. Was ja hier nicht mehr so geht, ist ja... Gut, man könnte sagen, man compilet den Code wieder um und ändert die Werte, vereinfacht gesagt, und dann wieder neu schreiben. Aber das reicht so auch aus mit den... Man muss sich jedes Monster mit einem Hit totmachen. Ja, das wird, genau, denke ich auch, das ist dann auf Dauer, äh, nimmt's ein bisschen die Spannung dann raus irgendwie, ne? Also wenn er sagt, ja, okay, da musst du keine Angst mehr vor keinem einzigen Monster, klack, weil ist eh durch. Genau. Dann, ja, ist irgendwie auch... Ja. So, Schucki, wo bist du denn? Unterwegs noch. Ich seh dich gar nicht auf der Karte. Bist du auch... Unterwegs noch. Bist du sicher? Du gehst doch Richtung Silberburg, ne? Ich geh Richtung Silberburg jetzt. Und ich? Weiß, weiß eh, wo du langlatschst. Weiß, weiß eh, wo du langlatschst. Mhm. So süß hier ist gleich ein Stück mit Schleim in die Luft. Ja, geht das schon mal los. Und meinen Schleimbäumchen. Und meinen Schleimbäumchen. Oh, toll. Du hast ja keinen Sinn für ein Schleimbäumchen. Nee, das schleimt mir zu viel rum. Schön. Schön. Es schleimt er mich voll. Dann platscht der Schleim so schön. Dann platscht der Schleim so schön. Uh, das Hörbartenproblem. Oh, scheiße. Was ist denn das für eine Aktion hier? Wieso was denn? Äh, ist wie abgeschnitten hier. Ja, bei mir auch. Ja, ich kann grad... Ich kann grad nicht schüsseln. Weil normalerweise schüsseln, schüsseln und dann rechte Maustaste, ne? Genau. Macht er nicht. Uh. 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 Oh, ich bin mit dem Blauen. Jetzt geht's wieder. Oh mein Gott. Panik. Schüssel-Mord geht nicht. Jetzt geht er wieder. Zack. Zack. Ich muss nach Norden gehen, glaube ich. Ich komme nicht weiter. Ich muss mal kurz das Spiel verlassen, wir werden da reinkommen. Aber das geht ja. Das kriegen wir hin. Gerade, uh. Ist der Server unten? So, gehen wir wieder drauf. Ich hab heute auch ganz viel auf dem Server gemacht, wie verrückt. So, okay. Ähm. Sieht wieder ganz gut aus. Das ist nur überlegen, von wo komme ich das? Okay, dann muss ich hier lang. Hat er mich auch gekickt. Das wäre. Ah. Das kickt er mich auch. Ich auch. Mal aktualisieren. Oh, ich hab mal ein Problem. Föber.